Die Augenliderchirurgie gibt es seit 1987 und es wurden schon zahlreiche Studien durchgeführt, die die Langzeitergebnisse zeigen. Man hat auch eindeutig gezeigt, dass eine Stabilität auch nach zehn Jahren ist gegeben. Das heißt, dass sich die Brillenwerte, dass sich die Werte zehn Jahre nach der Operation kaum verändern. Natürlich kann es zu kleinen Abwechungen kommen. Ein Auge ist kein stares Gewebe und es sind auch nicht nur Veränderungen der Hornhaut, sondern auch die Veränderungen der natürlichen Linse. Aber dass sich das Sehvermögen so drastisch verändert, dass man eine Brille braucht, ist sehr gering. Und wenn auch so etwas auftreten sollte, dann kann man das ziemlich leicht wieder nachkorrigieren.